Ja, wir sagen, wir müssen den Baden-Eckern. Und was? Also, du musst noch wieder was machen. Mal den Kauf. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, der Baden-Eckern. So, Herr Regen, das hat jeder bei mir. Für 20 Minuten pro Einkauf, 20 Minuten kosten 5 Euro. Ja. Für die Frau nur. Ja, ja. Für die Frau jetzt. Wenn das von dieser Seite ist. Ja, das ist auch mein Punkt. Da kann ich mich entscheiden. Und da kommt keiner rein. Das ist auch nur erhöhte Preis. Ja. Ja. Ich würde sagen, wenn es hier abgelegt wird, wenn die beiden nicht zufrieden sind, dann können wir uns überlegen. Danke, Freunde. Bitte auch ganz klar. Danke. 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 Das sind auch Fotos. 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 Das ist 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 auch Fotos.